heili hallo meine lieben hier ist wieder eure diaboletta wie immer aus meiner winzig kleinen küche ich bin in den letzten tagen im internet unterwegs gewesen obwohl ich da eigentlich immer unterwegs bin bin über ein rezept gestoßen das nennt sich crazy pizza oder crazy cross pizza glaube ich heißt das ganze und es hat mich einfach total neugierig gemacht und das probieren wir jetzt mal zusammen aus. lasst uns loslegen ja meine lieben ich wäre soweit ich habe hier meine zutaten schon mal stehen gesehen könnt ich habe hier ganz normales mehl, milch, bisschen pfeffer, zwei eier und danach kommt noch ein bisschen salz rein ja und das soll es auch schon gewesen sein ich bin auch ganz durchbar gespannt gucken wir mal was dabei rauskommt ich folge mal an also erstmal med in meine schüssel natürlich ich habe gesehen im original als ob man das überhaupt so nennen kann packen wir mal ein bisschen pfeffer. ich habe gesehen im original als ob man das überhaupt so nennen kann dann packen die auch noch oregano mit in den teig oder ich muss ganz ehrlich sagen da steht jetzt nicht mehr drauf und daher lasst jetzt einfach mal weg und kreier da so ja ich sag mal meine eigene kleine pizza und natürlich noch ein bisschen salz und das war schon der ganze ruckus. jetzt rühren wir das jetzt rühren wir das ganze durch der teig muss ja so ein bisschen flüssig sein habe ich gesehen ja der verteilt sich gleich von selber auch in der form was ich persönlich jetzt angenehm finde denn da muss man nichts ausrollen oder so aber ich kann mir halt nicht vorstellen wie das ganze werden soll gesehen habe ich es zwar aber naja schauen wir mal könnt ihr jetzt auch sehen das ist schon recht flüssig das ganze so muss es halt sein jedenfalls wurde das so gemacht dann machen wir das jetzt auch einfach mal so ach übrigens ihr müsst den ofen schon mal vorheizen weil hier muss man ja nicht irgendwie abwarten mit teig aufgehen und sonst irgendwas der wird vorgeheizt auf 200 grad und dann geht es gleich entschuldigung dann geht das ganze gleich erstmal so was für 20 minuten ungefähr in den ofen ohne belag ja also das ist auch ganz wichtig der kommt hinterher drauf ja mal gucken mal ich glaube das ist jetzt genügend durchgeholt jetzt nehme ich mir mal welche meine form entschuldigt ich bin noch so ein bisschen ja weiß ich auch nicht mit zwei kameras auf einmal ist halt ein bisschen komisch ich weiß gar nicht wo ich hier gucken muss ob hier oder dann muss ich wieder hier drauf achten was ich da oben mache wie dem auch sei also ich habe hier meine ganz normale kuchenform die habe ich ausgebuttert weil das ansonsten wahrscheinlich kleben bleiben würde denke ich ganz einfach mal jetzt geben wir hier unseren teig rein dann verteile ich jetzt hier mal so ein bisschen mein ofen müsste vorgeheizt sein ja definitiv und dann geht das ganze jetzt für 20 minuten in den ofen so mein teigboden ist im ofen meine uhr habe ich mir gestellt und jetzt bereite ich persönlich schon mal unsere soße vor das ist auch so eine art eigenkreation von mir ganz viele nehmen ja wirklich pizza soße oder kaufen irgendwie was ganz teures was tolles ich zeige euch wie ich meine mache ganz ganz einfach das könnt ihr wirklich super leicht nach machen das hat man eigentlich auch fast immer zu hause das ganze ich nehme ganz normales tomaten mag da gebe ich so gut ja gut zwei esslöffel rein sage ich mal ein bisschen salz natürlich nicht zu viel viertel teelöffel müsste ungefähr reichen also da könnt ihr auch gucken wie ihr möchtet ganz wichtig zucker das wisst ihr mittlerweile auch tomaten zusammen mit zucker das heißt mir ganze menge kommt eigentlich auch nicht rein das sind so ich denke mal zwei teelöffel ja sie wird schon zuckerlastig aber es gleicht sich so ein bisschen mit der säure wieder aus von daher also könnt ihr auch da könnt ihr natürlich machen wie ihr möchtet ihr könnt ihr auch ganz einfach ein bisschen pfeffer und oregano da gebe ich den ganzen menge von rein weil ich jetzt im teich keinen drin habe jetzt hole ich mir eben ein bisschen wasser dazu und verrühre das ganze mit mir noch das ist so eine leicht flüssige konsistenz hat aber halt auch nicht so richtig flüssig ist ihr wisst schon was ich meine perfekt ich werde nachher auch meine pizza wenn die fertig ist definitiv nur ein bisschen mozzarella und meine soße drauf packen einfach um das auszuprobieren ich habe allerdings gesehen das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen wenn ihr euch entscheiden sollte da noch was anderes drauf zu packen wie zum beispiel salame oder schinken wie auch immer den müsst ihr vorher drauf packen also der geht zusammen mit dem teich in den ofen sag ich nicht ich habe keine ahnung also das ganze ding heißt ja crazy pizza und irgendwas wird schon so crazy daran sein wie gesagt ich mache nur eine margarita und ja nochmal wie unser teich gleich aussieht wenn er aus dem ofen kommt bis gleich so bin ich wieder Leute guckt euch das mal an jetzt weiß ich warum die crazy pizza heißt ich habe keine ahnung ob es so sein soll ich glaube schon weil könnte das eigentlich richtig so nehmen ich glaube jetzt also die ist ja völlig abgefahren so jetzt packe ich da mal unsere Soße drauf ein großer Löffel unsere selbstgemachte Pizzasauce wenn man so möchte Pizzasauce ist eigentlich wirklich obwohl ich weiß ganz genau ja vielleicht machen die aus frischen Tomaten aber da habe ich Geld Zeit zu kommt jetzt erstmal hier drauf es ist jetzt ein bisschen schwierig sie zu verteilen glaube ich weil ja durch dieses gewellte was ich total crazy finde in dem Fall ist tatsächlich dass die aufgeht ich meine das ist ja gar keine Hefe oder irgendwas kein Backpulver keine Hefe das ist gar nicht irgendwas ich habe da nicht gemogelt oder so aber die ist richtig gut aufgegangen jetzt muss ich mal hier so Achterbahn fahren ja das geht gerade nicht anders ganz normalen Mozzarella Käse sehr interessant Gott Gott ich kann mich bimmeln so und das ganze geht jetzt nochmal für was haben sie denn gesagt ich glaube für 10 Minuten ungefähr in den Ofen ich werde es einfach rein geben also wenn der Käse gut durch ist oder beziehungsweise ein bisschen angebäunt ist dann werde ich es rausholen ja und dann gucken wir mal wie das ganze geworden ist seid ihr bereit Leute da kommt unsere Pizza ja und um ehrlich zu sein finde ich die sieht richtig lecker aus also der Rand scheint recht knusprig zu sein und der Mitte ist hier recht fluffig ja ich würde sagen probiert das einfach mal aus und danach könnt ihr mir mal berichten wie ihr es gefunden habt ja und ansonsten ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder in meiner winzig kleinen Küche hinter mir ich bin eure Dia Valetta bis dann Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020